Champions League steht jetzt 1-1. Oh, gut, dass du es sagst. Oh, stimmt. Ronaldo hat über einen Elfmeter vorgelegt. Die haben auch noch mal das Hinspiel verloren, ne? Ja, die haben verloren. Also Madrid muss 3-1 gewinnen. Um weiterzukommen, 2-1 ist Verlängerung. Also, von mir ist kein Madrid rausfliegen. Ist so. Ist so, habe ich auch nicht gegen. Und dann traue ich auch Juvies zu, dass die es gewinnen. So richtig so wie Chelsea gegen Bayern, so richtig Underdog-mäßig. Alle sagen, ja, Barca gewinnt, Barca gewinnt, dann kommt die so mit. Die Juventus, die sind momentan ziemlich kämpferisch drauf. Das gefällt mir halt, wo man so alles reinhängt. Ach, die Gegner haben schon wieder Nahtprobleme. Für Buffon, dem würde ich das sogar gönnen. Wie alt ist der jetzt? 38 oder so? Boah, das ist richtig. Der hat ja alles gewonnen. Der ist alt. Ich glaube, der ist 38, ja. Alter, sowas. Ja, aber er hat noch keine Champions League. Also, warum denn auch? Und der war immer ein Top-Hüter, also. Ein Top-Hüter. Ein Top-Hüter. Ein Top-Hüter. Er war ein Top-Hüter. Jetzt treffe ich wieder nix, aber ich lachen muss. Toll, da ist einer vorbeigeflogen. Den hätte ich snipen können. Der ist ein Top-Hüter. Er ist ein Top-Hüter. Ein Top-Tor-Hüter meinst du? Oh. Der hat zwei Zunte, sehr schön. Das war richtig. Alter, mit was spielt denn der? Oh, ein schlechtes Kammer. Oh, okay. Bei A sind drei Leute. Ja, lass mal A weg. Wir haben zwei Punkte. Okay. B wird eingenommen. C wird gleich geholt. J wird genommen. Okay, genau. Ich bin drei Stück. Ich bin drei Stück. Ja, komm. Ey, komm, ich hab den doch schon erwischt. Da unten ist noch einer. Da unten ist noch einer. Sub-Zero. Hab ich. Der kommt von oben hier. Der kommt von A oben. Vor allen Dingen hab ich den noch angeschossen und der ist dann nicht gestorben. Crap. Okay, jetzt haben wir A und C. Das sind auch die Punkte, die ich Liebe habe. Zwei Stück, komm kurz. Der A. Mit der Schwerbrecher ist die Schott-Immuni so schnell leer geschossen. Kann man mal dreimal schießen. Ja. 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 Hier ist so, ne? Die schießt auch. Ey, der ist unfassbar. Ey, ich, ich, ich. Ich telefonier mich. Wer hat Angst? Zone C verloren. Na komm, wir holen uns C. C wird eingenommen. Ja, holen wir uns auch. Zeit hat Zone C eingenommen. Ich geh unten lang. Ich auch. Oh. Danke, ich bin noch getötet. Komm, Granate. Verrichte Arbeit. Einen hast du mitgenommen. Hab ich gewöhnt. Ander hat das Spiel verlassen. Echt? Oh, scheiße. Ja. Gegnerischer Team. Ja, wär auch ein bisschen komisch, wenn's von uns wär, ne? Ja, das ist, weil, weil, weil der Diegel immer so leckt. Hehehe. Hehehe. Der scheiß lecker, ey. Der kann gar nix. Der gameplay ist hier. Leg der mal nur rum. Nein! Dann geht einer zu B. Warum auch immer. Die haben B. Dann geht einer zu A. Ich geh A. Ja, ich komm mit. Ich will auch nach A. Oh, der A verloren. Oh, schon wieder die Gorn, Alter. Drei bei A. Drei bei A. Kraus, Faust. Alle drei gekriegt. Oh, da ist noch einer. Hinten. Läuft. Alle drei weg. Schwerer. Schwerer. Hinten auch. Hinten auch. Ich bin bei der hinten. Ich bin bei der hinten bei C. Ich hab Super auch bereit. Ich bin bei A. Ist die Titel? Nein, Kraus, Faust. Oh, nee. Die Verderber, ey. Ja, ist so. Warte, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Kommt, kommt, kommt. Okay, wir sind genau hier gespawnt. Okay, da ist einer im Lesen. Das ist mein paar Pumo. Jaja, die stehen ja immer hinten geradeaus durch. Ja, ja. Das regt mich richtig auf. Boah, ich hab immer noch jemanden. Naja, das ist eine gute, gute Möglichkeit, um die Schwere zu verteidigen, eigentlich. Ah, ja. So, die holen jetzt A zurück. Ja, haben sie auch. Ich geh zu A. Die kommen dann wahrscheinlich zu C. Ich bin wahrscheinlich kurz im Land. Tja, und dann werde ich hier warten. Mit einem Raketenwerfer in der Hand. Oh, ich schüß mit. Äh, bei A sind vier Deutsche. Ah, ich schüß mit. Mann. Okay, wir haben das jetzt. Boah, ich... Ja, ich hab endlich den Gil... Der Jäger dieser ND 3000... Die N 3000... Nein, Kraus-Taus. Der nur mit der Schock an den Hand. Nein! Die ganze Zeit. Der kennt der jetzt her, boah. Der hat ja überhaupt nicht mehr... Der hat ja überhaupt nicht mehr gemacht. Oder hat er die? Hat er die? Hat er die zu Hause gelassen? Das schaffen wir nicht. Die sind da... Tausende von Sphären. Ja! Natürlich war das Dorn-Gift mit Solarschaden. Ich glaube, ich bin in eine Solargranate reingelaufen rückwärts. Nein! Nein! Woher kommt einer, glaube ich? Wabbel, wabbel, wabbel. Der ist leck. Der ist leck, der ist leck und leckig. Den hab ich. Wie? Äh, Asus-Klinge? Ja, ich bin tot. Oh, ich bin... Ach, ich bin... Schieß, schieß, schieß! Ja, hab ich. Ah, Mann, ey. Okay. Ich hab den Granat abgereicht. Ach, jetzt müssen wir schon wieder zum C. C, ja, ja, ja. Ich hab da ein paar gekillt. Oh, nein. Alter. Jetzt wär ich da grad mal so weggenommen worden. Dann wollen wir. Schon wieder C. Ja. Ja, da kommt eine Arcus-Klinge. Nein, wir sind... Wird dann wieder weggedrückt! Ich steh doch auf flachem Boden! Und mich drück zum Fels nach rechts runter. Wie in der gläsernen Kammer beim Sprungpassung. Du stehst da auf sicherem Boden und wirst einfach von einem Felsen zur Seite gedrückt. Ich dachte mir so... Ey, ich zeig dir grad voll Megaskill. Aha. Ich hasse den. Ja. Kannst dich verstecken? Oder kannst rauskommen? Jawoll, du hast sie beide. Sehr schön. Ah, da ist noch einer an der Treppe. Und der hat mich... Der kommt, der kommt jetzt. Der DN3000. Er ist gedrückt an den Kisten. Und der hat eine Nova-Bombe auch im Kopf gekriegt. Hm, zwei ist es. Ich brauch Hilfe bei C. Och, komm schon. Da ist keiner mehr rein zu. Oh, nein. Nein. Von B ist einer... Ich wollte jemanden ganz anderen snipen. Und von B ist einer hochgerannt. Und dem hab ich einfach irgendwie den Headshot gegeben, wo ich einen komplett anderen snipen wollte. Absolut geil. Der ist einfach mitten rein gerannt. Schwere kommt. Ich bin bei A. Ich auch. Ich werde verfolgen. Hier sind auch welche. Welche schwere nehmen? Ach, Mann. Nein. Schwere Munition. Nein. Schwere Munition. Okay, warten wir. Wir warten, wir warten, wir warten. Wir tanzen. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich geh zu B. Ich brauch zwei Sekunden. B nicht, B nicht. Geh zu C durch. B hab ich gleich eingenommen. Wir haben, wir haben... Warte bei A. Jetzt bin ich schon da. Warte. Kommt einer, kommt einer. Dieser Lappen seiner Scheiße. Okay, die kommen gleich wahrscheinlich wieder mit ihren Raketen. Boah. Hab ich auch noch so krise. Der rennt doch nur mit der Shotgun. Der ist doch keine Beleidigung. Der geht nicht auf Primärwaffe. Der hat nur die Shotgun. Die ganze Runde. Hat er nicht. Hat er nicht. Gibt's bei ihm nicht. Boah. Nö, mein Freund. Nö, will ich sein. Kommt jemand. Der Raketenwerfer hier. Der einfach geht. Ja, kommt noch einer. Gnadenlos. Jetzt guck ich mir mal an, wo ich hier runtergefallen bin. Hier ist nicht mehr was, wo man runterfallen kann. Wieso drückt mich das Scheinspiel nach rechts? Was soll das? Boah. Der hat mich mit einem MG getötet. Boah. Bin ich schwer. Oh. Ja, jetzt habe ich mich selber in die Luft gejagt. Ja, er hat mich erledigt. Pfff. Ich habe mich selber in die Luft gejagt. So erledigt. Wie hoch ist das denn? Wie hoch ist das denn? Wenigstens habe ich Schieß und wundern mich, warum ich kein Damage mache. Ja, da kam noch eine Arcus-Klinge an. Da wäre ich fast nicht geschichte gewesen. Hätte ich da nicht meine Super. Okay. Sind bei A4 hier? Ja. Da kommt noch ein Chaos raus. War schon lange hochgeschwebt. Ich war schon hinten an der Wand oben. Wie, wie? Alter, der überlebt Schwerhormon, ich glaube. Er killt mich noch. Ja, der war fast weg. Ich habe ihn fast, ich habe ihn noch geholt. Ich habe ihn noch geholt. Ja, ich weiß. Aber trotz, der ist gut. Ich würde fast bei ihm noch aufpassen. Ja, natürlich. Ja, ich habe einen. Alter, das ist zu viel. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, Angelus hinter uns. Guck da nach. Von hinten. Ich stehe bei B jetzt bei A-Bubble rein. Oh, nicht fett durch die Granate getötet. Oh mein Gott. Wie, wie zeigt das dann? Oh, nicht. So hoch. Wow, 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 wow. Ich verzieh mich mal. Nein, beinahe. Das ist gar nicht anders. Ey, komm. Das war ein Kopftreffer. Und da, wo ich den Kopftreffer bekomme, da, äh, da, da war es gar kein Kopftreffer. Da habe ich voll daneben gesetzt. Verloren. Komm dich. Soll ich bei A? Stell dir bei A-Bubble hin. A-Bubble. Okay, bei B sind wieder viele. Hä? Horst, oh. Wir haben uns beide getötet. Schulterangriff. Oh, viel zu kurz geschmissen. Der schießt mit einer Shotgun auf mich. Der schießt mit einer Shotgun auf mich. Und es wird ihm dann gezeigt, Schulterangriff. Hm. Ich hole C. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Nein, die scheiß Bodenwelle hat mich erwischt. Ich dachte mir, ja, gut, wegteleportiert. Jetzt zeigst es. Schwere. Oh, ja, ich hab' gewonnen. Ja, legendäres Engram. Glückwunsch. Schau, mal eine Cardu. Alles über 0,5. Ah, man kann's auch übertreiben. Eine ganze Runde nur mit einer Shotgun in der Hand. Also wirklich. Ja, hilft haben sie doch nicht so geschafft, dass die Leute... 0,57. Ah. Killbreaker und ich haben das gleiche. Oh, okay. Danke. Oh, man. Da freut man sich dann über zwei Bruchstücke oder zwei Energie. Aber, ja, ich hab' System gespielt. Ich hab' vier Zonen eingenommen, ne? Also, ne? Das war... Ja, ich auch. Ich hab' zehn Assists, ey. Zeeeeen. Das traurige ist, dass ich mich nicht hingegangen habe. Ich hab' einen! Ich hab' einen! Eins! Ich hab' in einer schlechten Runde Jallerhorn gekriegt. Meine erste Jallerhorn habe ich auch in so einer richtigen Scheiß-Runde gekriegt. Das ist uns letztens passiert. Wir waren zu dritt unterwegs und sind irgendwo reingespawnt. Eine Minute war noch zu spielen und einer aus meiner Gruppe hat einen Jallerhorn gekriegt. Also halt einer, mit dem ich unterwegs war. Ja. Ja. Ja.